Körpersprache Hund. So verstehst du deinen Hund. Schritt 1. Um deinen Hund zu verstehen, musst du die Fremdsprache hündisch lernen. Im Gegensatz zu uns Menschen kommunizieren Hunde hauptsächlich über Körpersprache. Klar, sie bellen und knurren auch, aber die meisten Infos bekommst du, wenn du dir ihren Körper anschaust. Als erstes gibt es die sogenannten Schlagzeilen, die geben dir deutliche Hinweise, was in deinem Hund vorgeht. Aussagekräftige Schlagzeilen sind der Blick, die Körperachse und die Annäherungsgeschwindigkeit. Lass uns mal am Beispiel Hundebegegnungen die Schlagzeilen genauer unter die Lupe nehmen. Der Blickkontakt. Kommunikation bereits über große Distanzen. Umso länger der Blickkontakt anhält, umso höher steigt die Anspannung. Ein direkter Blickkontakt kann schnell bedrohlich wirken und möchte in der Regel die Annäherung stoppen oder verändern. Meist entspannt läuft eine Begegnung, wenn der Blickkontakt häufig und schnell unterbrochen wird. Die Ausrichtung der Körperachsen. Kommunikation bereits wieder über große Distanzen. Umso frontaler die Ausrichtung, umso angespannter kann die Begegnung weitergehen. Auch die Annäherungsgeschwindigkeit spielt eine Rolle. Eine frontale Ausrichtung wirkt oft bedrohlich auf das Gegenüber und hat die Funktion, die Annäherung zu stoppen oder zu verändern. Die Annäherungsgeschwindigkeit. Die Annäherungsgeschwindigkeit gibt dir auch wichtige Hinweise. Friert einer der Hunde zum Beispiel ein und bleibt also reglos stehen? Nähert sich einer der oder beide Hunde im hohen Tempo an? Oder wird der Gang schleichend und Kopf und Rute senken sich auf Rückenhöhe ab? Einer der Hunde legt sich hin. All das spricht für eine angespannte Annäherung, die den Direktkontakt erschwert. Hier hast du mal eine Zusammenfassung von einer angespannten Annäherung an einen Artgenossen. Wir haben einen direkt andauernden Blickkontakt. Der Körper ist angespannt, alles wirkt steif, gegebenenfalls in die Rückenhaare aufgestellt. Die Annäherung geschieht frontal direkt auf den anderen ausgerichtet. Die Bewegungen werden langsamer und wirken stark sich. Manche Hunde frieren komplett ein und bewegen sich gar nicht mehr. Hier haben wir eine Zusammenfassung von einer entspannten Annäherung an einen Artgenossen. Der Körper bleibt entspannt, locker und kurvig. Der Blick wird immer wieder abgewendet und es gibt keinen längeren direkten Blickkontakt. Die Bewegungen bleiben fließend. Es wird gegebenenfalls geschnüffelt oder gepinkelt in der Annäherung. Die Annäherung geschieht nicht von Tral, sondern versetzt oder in einem Bogen. Neben den Schlagzeilen gibt es die kleinen feinen Signale. Die schauen wir uns jetzt an. Ausgehend davon, wie dein Hund entspannt aussieht, schaust du nun auf Veränderungen. Es gibt eine Faustregel. Umso mehr Details nach vorne und oben gehen, umso wahrscheinlicher geht auch dein Hund dorthin. In Kombination mit den Schlagzeilen gibt dir das eine rechtssichere Vorhersage, was dein Hund als nächstes macht und du kannst entsprechend unterstützen. Auch auf dieser Zeichnung ist es wieder sehr eindeutig. Dieser Hund möchte weg vom Gegenüber. Ganz oft siehst du aber einen Mix, dann befindet sich dein Hund womöglich in einem Konflikt und weiß noch nicht, wie er sich verhalten soll. Dann geben dir Veränderungen ganz oft die entscheidenden Hinweise. Hundesprache zu lernen ist spannend, aber nicht ganz einfach. Du bist neugierig geworden? Dann auf zu Schritt 2. Hol dir noch viel, viel mehr Input zur Körpersprache auf sprichhund.de. Viel Spaß mit deinem Hund und bis zum nächsten Mal. Deine Christiane Jakobs.